Wir leben in einem sehr technischen Zeitalter, wodurch unsere Sehnsucht nach mehr Natur wieder geweckt wird. Daher umgeben wir uns verstärkt mit Materialien und Produkten, die in der Wohn- und Arbeitsatmosphäre wieder zum Wohlfühlen beitragen. Dieser Trend bringt immer mehr Produkte hervor, die den Bezug zur Natur festigen, wie die Bienenwachstücher, welche durch ihre Eigenschaften die herkömmliche Frischhaltefolie nachhaltig ersetzen. An Optik und Design darf es hier natürlich nicht fehlen. In der Gestaltung bleibt die Eiche das Trendholz Nummer 1. Angefangen mit sehr natürlichen und gestreiften bis hin zu heutigen Riss- und Ast-Eiche hat sie sich in den letzten Jahren sehr wandelbar und authentisch gezeigt. Ihre Natürlichkeit sorgt im Kontrast zu modernen Materialien und Formen immer wieder für Spannung. . Sudden . . . N Lynch